Könnt ihr euch noch an diese Impfbescheinigung aus dem Internet erinnern? Ich hatte dringend davor gewarnt, diese zu verwenden, hatte euch auch gesagt, warum das problematisch sein kann. Viele von euch haben sie trotzdem genommen. In vielen Fällen ging es irgendwie gut, aber es gab deswegen auch diverse Kündigungen. Einige sind auch bei uns gelandet über diese Fälle, die wir hier bearbeiten, rede ich ja nicht so gerne. Umso besser, dass ich euch die Problematik an verschiedenen Entscheidungen aus dem hohen Norden rund um Lübeck, Schleswig, Holstein, Kiel, Arbeitsgericht und Landesarbeitsgerichte einmal etwas näher erläutern kann. Vielleicht noch zur Erinnerung, ich hatte ja gesagt, mach das nicht, aber die, die es gemacht haben und deswegen eine Kündigung bekommen haben, da habe ich gesagt, in den meisten Fällen wird eine solche Kündigung unwirksam sein, Klammer auf müssen. Aber ihr wisst ja nie, was die Gerichte daraus machen. Dazu gibt es auch ein Video, hatte ich euch auch erklärt, warum das aus meiner Sicht eben nicht so einfach ist mit der Kündigung, wo das Problem liegt, ganz grob gesehen Täuschungshandlung. Ja, der lädt was aus dem Internet, was auch immer, das ist natürlich keine Impfunfähigkeitsbescheinigung in dem Sinne, dass ein Arzt ihn untersucht hat, aber das erkennt man ja daraus. Er legt also dem Arbeitgeber vor und wir dürfen ja davon ausgehen, dass die meisten Arbeitgeber der deutschen Sprache mächtig sind und wenn nicht, dann werden sie trotzdem so behandelt. Das heißt, der Arbeitgeber kann das lesen, er weiß also, was er da hat und er kann sagen, das reicht mir nicht. Ja, also völlig aus meiner Sicht völlig unproblematisch, wenn der Arbeitnehmer seinerseits im Irrtum ist. Ich denke, das ist eine ordentliche Bescheinigung, die besagt dies oder das. Naja, warum soll dann der Arbeitgeber in seinem Irrtum, der vielleicht denselben Irrtum dann hat, besser geschützt sein als der Arbeitnehmer? Beziehungsweise warum soll der darauf eine Kündigung stützen können? Das ist eigentlich überhaupt nicht ersichtlich, aber immer wieder Überraschung, ja, gerade Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein muss sich selber im eigenen Leib auch schon des Öfteren erleben. Hier nun aber sind sie sich untereinander gar nicht einig. Zwei verschiedene Kammern des Landesarbeitsgerichts mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ich stelle euch das kurz vor und da wird vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal deutlich, wo die Problematik liegt. Und man kann dann auch noch ein paar Ableitungen für sein eigenes Verhalten auch außerhalb von Impf-Unfähigkeitsbescheinigungen machen. Ich weise dann nochmal darauf hin, was halt eben besonders gefährlich ist, womit du deinen Arbeitsplatz tatsächlich gefährdest. Jetzt aber erst einmal schauen wir uns das an. Wir haben hier von den Landesarbeitsgerichten die eigenen Pressemeldungen, in denen das nochmal ein bisschen die Konstellation zusammengefasst wird. Es ging also um die einrichtungsbezogene Impfpflicht und dann diese Impf-Unfähigkeitsbescheinigung, wo man zum Arzt geht und sagt, hey, bei mir sind bestimmte gesundheitliche Problematiken, ich kann mich nicht impfen lassen oder nur mit erhöhtem Risiko. Und dann, das hatten ja viele gemacht und manche hatten das eben aus diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Portal hieß, hatten sich das im Internet, irgendwas mit Express, hatten sich das im Internet dann halt runtergezogen. Und das war so ein pauschales Ding von so einer Ärztin. Und das war eben in dieser Hinsicht zweifelhaft. Soweit man suggerieren würde, da hat jemand einen konkret untersucht und bestimmte Krankheiten bei dem festgestellt. Es ging in diesem Gutachten da quasi eher um die allgemeinen Problematiken der Impfung. So, jetzt ist Folgendes passiert. Arbeitsgericht Lübeck hat eine außerordentliche Kündigungsfrist mit sozialer Auslauffrist für rechtlich zulässig gehalten. Andere Kammern des Arbeitsgerichts Lübeck, das sind also verschiedene Richter, andere Kammern haben in der vergleichbaren Konstellation der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Er sagt, die Kündigung ist nicht wirksam. Und jetzt gibt es eben in verschiedenen Kammern des Landesarbeitsgerichts unterschiedliche Auffassungen. Hier sind die Aktenzeichen nochmal. Da zwei Kammern des Landesarbeitsgerichts haben über die erwähnten Entscheidungen des Arbeitsgerichts mit unterschiedlichem Ausgang entschieden. Die vierte Kammer sagt, die fristlose Kündigung des langjährigen Arbeitsverhältnisses ist auch nach der Interessenabwägung im Einzelfall hier in dem konkreten entschiedenen Einzelfall gerechtfertigt. Die fünfte Kammer sagt, nein, dass die Vorlage der aus dem Internet heruntergelandenen vorläufigen Impfunfähigkeitsbescheinigung ist schon an sich kein geeigneter Grund für eine außerordentliche Kündigung. Beide haben gesagt, ab zum Bundesarbeitsgericht sollen die sich doch mit dem Quatsch weiter beschäftigen. Das ist so ungefähr die Entscheidung im Ergebnis und letztendlich ist entscheidend in diesem Falle aus meiner Sicht die Frage, wie haben die, auf welche Weise kann man denn überhaupt durch so eine Vorlage irgendeine Täuschung begehen. Und diese Täuschung in Richtung einer Straftat, sage ich euch ja immer bei einer fristlosen Kündigung, das muss ja ein ganz gravierender Arbeitspflichtenverstoß sein, der zu einem ganz großen Vertrauensbruch, weil im Arbeitgeber führt und dann noch bei einem langjährig Beschäftigten, der so einen Vertrauensberg aufgebaut hat, muss dieser Berg noch komplett abgetragen werden, zum Einsturz gebracht werden. Der muss verschwinden. Das geht nur durch Vertragsverstöße, die so im Bereich vom schwere Gehalt der Straftat liegen. Das muss, sagen die Arbeitsgerichte immer wieder, nicht im juristischen Sinne, im Sinne des StGBs, des Strafgesetzbuches eine Straftat sein, aber es muss vom Unrechtsgehalt so in die Richtung gehen. Die Gerichte sagen, wir sind Arbeitsgerichte, wir prüfen da keine Strafbestände hier sauber durch, könnten wir gar nicht, haben gar nicht die Kompetenz, brauchen wir auch gar nicht. Wir sind im Bereich der Softwareen, hier geht es um Vertrauen und Vertrauen, wenn das gebrochen ist, das kann man schon eher uns zutrauen zu beurteilen. Das finde ich übrigens völlig korrekt, da kann ich nichts zu sagen, finde ich völlig in Ordnung. Manchmal führt das aber dann auch so ein bisschen in Abwäge, diese sehr legere Handhabung, etwas legere Handhabung, das kann man hier sehr, sehr gut sehen. Die Kammer, die also sagt, das reicht für so einen Pflichtenverstoß, die vierte Kammer, die sagt, dass durch die Vorlage so ein falscher Eindruck erweckt worden sei, der, dass also dieser Patient, also dieser Arbeitnehmer, der das vorlegt, nach individueller Situation, aufgrund ärztlicher Einschätzung, nach individueller Kontaktierung das Ganze bewertet wurde und dann im Ergebnis eben eine zeitlich begrenzte Impfunfähigkeit. Ey Leute, haben Sie das mal angeguckt? Schaut euch die Videos nochmal an, ich habe das Ding hier, wie die aussahen, ja. Ich habe euch das hier genau geschildert und wir haben uns das zusammen angeguckt. Aus diesen Attesten geht eindeutig hervor, dass das ein allgemeines Blabla ist. Ja, das war ja dem, das konnte man Impfexpress oder sowieso, nee, irgendwas mit Express, das konnte man denen ja genau vorwerfen. Das war ja genau das, was wir gesagt haben, dass das auch deswegen so gefährlich ist oder problematisch ist, weil nun eindeutig eben nicht der Patient untersucht wurde und das auch dort nicht so behauptet wurde. Ich meine, dass man dafür Geld bezahlen musste, ist schlimm genug, dass man sich einfach so runterladen konnte, ja. Aber hätten die Leute auch irgendeinen anderen Quatsch aus dem Internet runterladen können. Also würde das ja bedeuten, du lädst dir irgendwas, du legst dem Arbeitgeber irgendein Dokument vor, in irgendeiner Absicht und der, ja, jetzt gibt es zwei Varianten. Die erste Variante, jetzt müssen wir mal alternativ überlegen, ja. Die erste Variante, der liest das und stellt fest, dass es Unsinn ist. Wer weiß ja, dass das Unsinn ist, dann kann er zu dem Arbeitnehmer ja nun, ist ja wohl zumutbar, sagen, also lieber Freund, das reicht nicht, gib mir den Impfausweis oder gehst nach Hause. Fertig ist das Problem erledigt. Die zweite Variante, das ist die problematische Variante, der liest nicht und vertraut darauf, dass es eine Impfunfähigkeitsbescheinigung mit diesem Inhalt ist, individuell und so weiter. Da muss ich mal sagen, lieber Arbeitgeber, wenn du nicht liest, was ich dir vorlege, dann kannst du was auch immer machen. Du kannst sagen, Arbeitspflichtenverstoß, abmahnen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber eins kannst du auf keinen Fall machen. Du kannst nicht sagen, jetzt, ich lese das nicht, was derjenige mir vorlegt und jetzt ist mein Vertrauen so tief erschüttert, dass ich eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung machen kann. Das ist absurd. Das geht nicht. Wenn ihr euch die Rechtsprechung anguckt, zuletzt habe ich hier ein Urteil besprochen, wo es um die Waage bei einem Arbeitszeitbetrug geht mit dieser Kaffeepause. Da vertraut der Arbeitgeber auf die korrekte Benutzung der Stempeluhr. Das ist immer so, dass die Leute in diesen Fällen etwas verdeckt machen. Der Arbeitgeber, der kann es nicht direkt kontrollieren. Bei dieser Kaffeepause-Geschichte, wenn ich mich neben meinen Chef setze und meinen Kaffee vor ihm schlürfe und auf meinem Handy spiele, kann das ein Arbeitszeitbetrug sein? Ich arbeite nicht. Aber der Chef sitzt neben mir, guckt, wie ich Kaffee trinke und auf dem Handy spiele. Ist das ein Betrug? Ist das eine fristlose Kündigung? Um Himmels Willen? Natürlich nicht. Der kann sagen, geh arbeiten, sonst kriegst du kein Geld. Und er kann sagen, letzte Abmahnung, wenn du jetzt nicht arbeitest, kriegst du eine Kündigung oder irgendwas. Aber das ist doch kein Betrug, ist doch kein Arbeitszeitbetrug. Es fehlt, selbst wenn wir jetzt mal nicht den strafrechtlichen Aspekt nehmen, es fehlt einfach an jedweder Täuschung. Bei einem Betrug brauchst du immer irgendetwas. Wenn ich dir Geld aus der Tasche ziehe, gut, dann ist mein Betrug sowieso, dann ist das eher so Frage Diebstahl oder so. Aber wenn ich das sehenden Auges, diese Tat an mir, wenn mir einer eine Fahrtkostenabrechnung vorlegt und ich so hinlege und da steht drauf, 10.000 Kilometer, ah, so und so viel Euro gleich irgendwie 1.000 Euro und ich sag, guck da rauf und stell fest, ja, der ist in den Nachbarort gefahren, dann ist das doch kein Betrug. Ich meine, der will von mir irgendwie Geld und so ein Versuch oder irgendwas oder der will mich, aber was will der überhaupt? Ja, muss man sich fragen, ist der doof? Aber ist doch kein Betrug. Ich sehe doch, dass er, ich weiß, dass er in den Nachbarort gefahren ist, dass es keine 10.000 Kilometer sind, das weiß ich doch. Ja, also in all diesen Fällen könnte man aber eher einen Betrug annehmen, als in diesen Fällen hier, wo ja schon im Internet, in Medien, überall das rum, Liberation Express, jetzt ist mir eingefahren, ja, und vorher hießen die Nachweis Express. Also, wo das schon überall durch die Medien ging und wo der Arbeitgeber im Rahmen seiner Prüfflichten, Gesundheitsfürsorge, Fürsorgepflicht des Arbeitnehmers, Arbeitsschutz und so weiter, ja, explizit die Sachen prüfen muss, da darf ich doch als Arbeitnehmer natürlich annehmen, dass der sich das zumindest mal kurz durchliest. Ohne irgendwelche Begleitumstände, also, dass der Arbeitgeber gesagt hat, Leute, ich vertraue euch, ja, nur Bescheinungen, die euch betreffen, wo ihr beim Arzt wart, die werft ihr hier rein, ich will das nicht weiter sehen, Datenschutz, ja, ich vertraue euch, wenn ihr mir sagt, das ist da drin, da hätte man ja irgendwie so eine Art Täuschungshandlung, aber wenn ihr das offen hinlegt, sehe ich keine Täuschung. So, das ist diese Argumentation, die sagt, ja, aber doch, 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 ja, also aus meiner Sicht falsch, klipp und klar falsch. Und dann haben wir ja noch die andere beim Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, das gucken wir uns auch noch mal kurz an. Die wären jetzt wiederum andersrum etwas spitzfindig, die sagen jetzt, es fehlt an einem Vermögensschaden und im Übrigen am Vorsatz der Klägerin, die an ihre Impfunfähigkeit glaubte. Also fangen wir erst mal damit an, Vermögensschaden ist völlig irrelevant. Es geht ja um Vertrauensproblematik und dafür brauchen wir keinen Vermögensschaden, ja. Also, das heißt, der Arbeitgeber hat selber die Pflicht hier, die Frühsorgepflicht auch gegenüber den anderen Arbeitnehmern, der hat gegenüber den Arbeitsschutzbehörden die Verpflichtung hier, das durchzusetzen, die gesetzliche Regelung, der kommt selber in Teufelsküche, wenn da was passiert und da geht es jetzt noch überhaupt nicht um irgendeinen Vermögensschaden. Man hat damit gar nichts zu tun. Mit der Impfunfähigkeitsbescheidung geht es nicht um Vermögensschäden, da geht es vielleicht um Gesundheitsschäden oder irgendwas, ja. Nee, was aus meiner Sicht das entscheidende Punkt ist ja die Täuschungshandlung, ja. Das heißt, jetzt ist das so eine Pressemeldung, aber ich meine, die kommt von denen selber, ja. Also ich gehe mal davon aus, ich schreibe da keinen Unfug rein, aber dann müsste man doch sagen, es fehlt doch eine Täuschungshandlung. Ich lege was offen hin und das ist offensichtlich nicht das, was der Arbeitgeber haben will. Dann kann er sagen, es ist nicht das, was ich haben will. Musste leider. Nehmen wir mal an, mir fällt jetzt gerade ein besseres Beispiel ein. Nehmen wir mal an, ich sage, du bist Kraftfahrer, ich checke mal deinen Flucherschein. Und derjenige legt mir seinen Pionierausweis vor, ja. Dann sehe ich ja, das ist ein Pionierausweis. Also hat der jetzt eine Täuschungshandlung begangen? Hat er mich getäuscht darüber, dass er einen Flucherschein hat, in dem er mir seinen Pionierausweis vorlegt? Ich glaube doch nicht, oder? Und das hat nichts mit Vermögensschaden zu tun, ja, oder mit einem bedrohenden Vermögensschaden. Es geht einfach darum, hat er mein Vertrauen so tiefgreifend verletzt? Und kann man das, indem man etwas ganz offen macht und unverdeckt, ja? Oder nicht? So, also das ist aus meiner Sicht hier das Entscheidende. Wir haben also jetzt zwei Entscheidungen. Wir werden uns die Begründung sicher irgendwann nochmal angucken, wenn die da ist. Aber wir müssen eines sagen, so aus der Pressemitteilung halte ich zwar die eine Entscheidung für richtig und die andere für falsch, aber die Begründung in beiden Fällen für nicht zutreffend. Ich bin sehr gespannt, wie das Bundesarbeitsgericht das sieht. Ja, wenn ich später, ich selber gucke mir oft das nicht mehr an. Ich habe es aber so grob in Erinnerung, was ich hier sage. Ihr könnt es ja selber mal nochmal vergleichen und dann feststellen, ob ich damals recht hatte. Aber hier beim Bundesarbeitsgericht würde ich fast mal eine kleine Wette machen, dass das Bundesarbeitsgericht folgenden Punkt in den Vordergrund stellt. Ist das noch eine Täuschung? Ist der Arbeitgeber getäuscht worden und deswegen Vertrauensverlust und deswegen fristlose Kündigung oder nicht? Aus meiner Sicht müssen Sie das Ding einfach schon abbügeln und sagen, keine Täuschungshandlung, dadurch kein Vertrauensverlust. Jedenfalls nicht in dem Maße, dass das eine fristlose Kündigung rechtfertigt. So ungefähr würde ich das begründen. Aber das muss ja nichts heißen, aus gutem Grund hat man mich halt nicht zum Bundesarbeitsgericht gelassen. Das kann ja auch immer, hier kann man mal schön tönen, wenn man den Fall dann vor sich hat, dann sieht man häufig erst die Tücken. Auch wenn ich manchmal Gerichte kritisiere, muss man das natürlich immer im Auge haben. Ich habe ja hier ein Video gemacht, warum ich nicht Richter geworden bin. Und das heißt also, gute Gründe und deswegen, auch wenn ich manchmal so das so ein bisschen hier über die Strenge schlage, habe ich natürlich trotzdem aber einen großen Respekt vor den Leuten, für die das täglich Brot ist, die täglich solche Entscheidungen treffen müssen. Auch wenn ich gelegentlich die Erfahrung gemacht habe, dass dieser Respekt nicht immer verdient wird. Hast du eine Kündigung? Hast du Probleme? Probleme in dem Bereich deutschlandweit kostenlos und unverbindlich anrufen, genauso auch beim Aufhebungsvertrag.